Hey, hier ist Ranja und die Isi und ich leben heute in einer Abo und, ähm, Isi, was ist gerade deine Lieblingsfarbe? Hellblau, wie immer, hä? Äh, ja, Pech gehabt, weil wir leben heute in einer komplett grünen Brookhaven-Welt. Grün? Grün. Wieso grün? Grün wie diese Pflanze? Wieso nicht gelb? Wieso nicht pink? Iris, ich mach das Video und nicht du, okay? Das ist ein Glück. Du hattest vieles Farben. Pech gehabt, es wird jetzt grün. Mödernacht blau. Mitternacht blau. Orang, wie gesagt, gelb. Okay, das ist dann der erste Videotitel. Brookhaven in einer nur orangensaftgelben Welt. Erste Mission ist aber, denke ich, weil wir beide noch nicht so viel grüne Sachen anhaben, ist, dass wir uns umziehen. Meine Kleidung identifiziert sich als grün. Ja, das ist ein Schild für deine Kleidung. Guck mal, sie hat rote Haare, sie hat das Thema nicht verstanden. Nein, clearly nicht. Hallo, grünen. Jetzt hat sie schwarze Haare. Das ist das Thema. Jetzt hat sie trotzdem nicht verstanden. Jetzt hat sie grüne Haare, hallo. Jetzt hat sie blan, okay? Jetzt hat sie gar keine mehr. Okay, nee, ich mach mich jetzt grün. Ich verstecke mich hier hinterm Brunnen. Okay. Nachmachen kannst du, was ich mache. Nein. Warte, was machen wir? Wir ziehen uns grün an einfach? Wir ziehen uns grün an. Okay. Aber nicht nachmachen. Okay, wir brauchen ein grünes Outfit. Ein hübsches. Uh, das sieht süß aus. Dann brauche ich noch eine Hose dazu. Ich bin ein bisschen besorgt, dass wenn ich die Items nehme, die zu weit oben sind, dass die Easy die auch einfach nimmt. Okay, die Sonnenbrille wird schon mal nichts, weil die ist nicht mal auf meinen Augen. Okay, hast du's? Ja, ich glaube, ich bin soweit fertig. Okay, ich komme rüber zu dir. Oh mein Gott, du siehst so süß aus. Du hast die Froschkapuze. Ich habe so eine kleine Froschfee. Und siehst du das? Oh, du hast auch ein Frosch-T-Shirt. Ja. Und wir haben welche Hosen. Eine Frosch-Handtasche. Warte, die habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, wie süß. Cute, ich bin mit mir so einem Fehl. Aber du siehst auch ultra gut aus. Du bist ein Fehl. Ich bin gleich mal stehen. Ja, cool. Du hast noch Frosch auf deinem Rücken. Ich bin so Frosch-Handtasche. Cute. Du bist so eine Fehl. Das sieht voll schön aus. Okay, kein Problem, weil wir sehen ja beide hübsch aus und wir wollen jetzt natürlich auch was essen, nämlich an. Also auf zum Überrecht. Oh mein Gott, was ist das da? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Bist du die echte GmbH-Fobie? Bist du die echte? Bist du, du bist nicht grün, okay? Horror-Spielzeug, Alter. What? Das habe ich noch nie gesehen. Das sieht übelst gruselig aus. Das hat ein Schwert in seinem Kopf stecken. Essen. Okay, Doritos sind rot. Eis ist braun. Pizza geht auch nicht. Oh, vielleicht gibt es so Spinatpizza, aber die kennen wir uns nicht. Es gibt grüne Äpfel. Oh, es gibt grüne Äpfel. Gesund heute. Guck mal hier. Naja, ich würde gerne was anderes essen. Nom, nom, nom. Oh, ja, da ist er. Ich habe einen grünen Ballon. Yeah. Let's go. Wuhu. Wunderschön. Die kann ich leider nicht essen. Oh, das ist schade. Aber das hier kann ich essen. Oh, okay. Ja. Lecker, das Haus-Spielzeug folgt dir. Sieht richtig gruselig aus. Ich wüsste nicht mal, wie man seinen Charakter so macht. Das freakt mich out. Okay, wir müssen hier raus ins Zimmer machen. Wir sind raus hier. Okay, tschüss. Lass uns mal ein Haus machen vielleicht, damit wir uns irgendwo verstecken können. Hey, lass uns die Bank ausrauben. Die ist auch grün. Okay, ja, nee, dann lass uns erst mal die Bank ausrauben. Ja, stimmt. Lass uns erst mal ein bisschen grünes Geld holen. Okay, Moment. Hier geht Cash. Zack. Es gibt keine grüne Karte leider. Doch, die ist grün. Guck doch, Ronja. Oh, da hast du eine grüne. Grüne Karte. Na klar, habe ich eine grüne Karte. Grüne Karte. So, hier habe ich ein bisschen Cash. So, lass mal nochmal beim Automat was frei, damit noch nicht alles Geld raus ist. Zack, zack. Da habe ich auch ein bisschen Geld. Und, uh. Und they're born. Na dann, let's go. Lass die restlichen Kohle Sachen holen hier oben. Ich glaube, wir müssen das aufsprengen. Ich habe ein bisschen Dynamit dabei natürlich. Kein Problem. Ach, hast du auch. Ja, kein Problem. Leg da jetzt auch noch mit hin. Nö, ich leg mal jetzt auch noch mit hin. So, zack. Guck mal, zusammen. Und drei. Und, uh. Du hast den schon gezellert. Yes. Komm, schnell. Okay. Hilfe. Stopp. Mein Dynamit. Grüne Karte. Du hast einfach den. Ah, der Baum brennt. Kein Problem. Wir können hier ausbrechen, wenn du willst. Ja, ja. Dann können wir auch direkt bei Starblogs oder so rein. Ich glaube, das führt da hin. Ja, vielleicht habe ich auch noch Lust auf den Milchshake. Wir müssen hier irgendwo weiter. Hier vorne geht es raus. Aber wo? Hier. Ja, hier. Komm doch mal mit hier. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt die richtige Richtung gelaufen. Sonst habe ich mich verirrt. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ja, wo läufst du hin? Wo willst du denn hin, hä? Ich bin... Konja. Ich bin wieder in die Bank gelaufen. Nein. Sie erwischen dich. Du bist so eine schlechte Einbrecherin. Oh, da bist du. Jetzt komm schon mit hier. Wir müssen hier lang. Ja, ja. Als ob du das nicht gesehen hast. Jetzt raus. Ich bin der schlechteste Einbrecher, wenn ich dich nicht hätte. Für weitere kriminelle Aktivitäten. Du, dass du eine Experte dabei hast. Yeah. Das Horrorspielzeug ist wieder da. Das ist kein... Oh mein Gott. Das war das easy. Du bist fake, sagt das Horrorspielzeug. Mir jetzt warte, warte. Wenn du erstmal siehst... Wieso das denn? Ich bin für ein tolles Haus hier baue. Mit dem ganzen Geld und den Klauter. Da ist ein A zu viel. Ah, in meinem Namen. Ha. Aber Tatsache ist es richtig. So, ich muss es grün färben. Bäm. Wie kann das eigentlich sein? Ich glaube, wir hatten das schon mal, oder? Als wir die Orange-Folge hatten. Guck mal, da ist auch ein A zu viel. Zeigst du mir jetzt, dass ich fake bin? Ja, hier bei Alles Käse auch. Das ist also... Alles Käse. Das schreibt man auch mit E. Normalerweise wird das mit E geschrieben. Und das ist A, E ist auch fake. Ja, alles fake. Warum lügst du mich an? Wieso? Oh mein Gott. Okay, lass uns mal in dein Haus fliehen, okay? Ich fühle mich da nicht so richtig. Ja, lass uns das... Ja, da ist es ein bisschen hartnäckig. Aber alles grün hier, wie du siehst. Verständlich aber auch. Warum lügst du ihn an, Isi? Warum? Ja, Junge, warum schreibst du deinen eigenen Namen auf Falsch, Ronja? Richtig, Ronja war schon weg. Ich konnte mich nicht mehr richtig freuen. Diese Cheesy war auch schon weg. Ich kann mich auch nicht so nennen, wie ich wollte. Ja, deswegen habe ich das extra A gemacht. Na gut, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Jetzt denken alle... Vor allem, jetzt läuft irgendwo eine richtige, richtig Ronja da draußen rum. Ja, das stimmt. Das wird wohl die echte Ronja sein. Das wird die echte sein. Du nimmst mit einem Fake auf, wusstest du was? Das ist alles schön. Zwei Jahre und ich habe es noch nicht gemerkt. Drei wahrscheinlich sogar mittlerweile. Drei sogar schon, oder? Ja, ja. Okay, pass auf. Ich richte jetzt mein Haus ein, okay? Aber das ist mein Haus. Okay, ich richte jetzt dein Haus ein. Achso. Okay. Warte, warte. Es gibt doch bestimmt zwei Zimmer, oder? Kann ich bei dir wohnen? Ich habe mir schon mal ein schlechtes Haus ausgesucht. Guck mal, du kannst das Zimmer hier unten. Guck mal, du kannst das Zimmer hier unten. In einem Ort. Ja, ja, das schöne Kind. Okay, ich mache mir das muggelig. Pass auf, warte ganz kurz. Ich fühle mich hier. Oh, das wird so richtig schön hier mit dem Zorn. Wie? Dann lege ich hier mein Geld hin. Ja. Hä, ein grünes Wasser? Du wirst es schon sehen. Du wirst es schon sehen. Okay, Hesi, ich bin fertig. Okay. Willst du jetzt erst in Mainz angucken, oder soll ich zu dir hochkommen? Ich komme hoch, warte mal. Willst du der erste Mainz angucken? Ist das dein Schlafzimmer hier? Nein, warte, das ist das Falsche. Bist du hinten? Ja. Ja. Okay, du hast einen kleinen grünen Kinderwagen. Mhm, ja. Aber die Wände in deinem Haus sind grün. Du hast so ein gutes gespawnt. Meins ist kaum grün. Das grüne Geld liegt hier in meinem Schrank. Sehr schön. Und, Ronja, siehst du meinen Namen? Oh mein Gott, du hast deinen Namen grün gemacht. Ja. Cool. Okay, pass auf. Und da schläft ein Zombie in meinem Bett. Den habe ich gesehen. Ich habe auch einen Zombie in meinem Bett, der bewacht mein Geld. Okay, also du hast hier ein Zelt. Das ist der geheime Eingang, okay? Ich brauche da ein bisschen mehr Platz. Es war ein bisschen eng bei mir drin. Das ist ja mehr als geil, Ronja. Oha. Ich gucke mal hier. Das ist meine Küche und hier ist mein Esstück. Ronja, Ronja, möchtest du mal kurz mitkommen? Was ist mit dem Zimmer hier? Warum hast du das nicht eingerichtet? Das meinte ich doch. Du willst, was ich in dem kleinen Gang fange? Was ist dein Herz? Alter, wie habe ich da so im Schrank und an der Treppe? Im Wald hatte der da auch so ein richtiges Luxuszimmer und hat es nur nicht gecheckt. Ich so gerne. So wie du. Wahrscheinlich. Aber damit keiner draufkommt. Okay, jetzt habe ich aber noch ein extra Secretzimmer. Hätte ich gar nicht die Zeltexpansion gehabt. Ich dachte, weil ich mache mir noch ein bisschen extra Platz, weißt du. Na gut. Ich denke, ich habe mein bestes Versuch. Es ist nicht so schön geworden. Okay, okay. Grüne Aktivitäten. Hast du Lust, eine Runde Fußball mit mir zu spielen? Wieso ist Fußball grün, hä? Weil wir auf dem Gras sind. Ah ja, okay. Fußball. Das klingt lustig. Mach das gut. Ah, lass mich raus. Okay, bitte einmal aufsteigen. Und auf geht's. Maximale Geschwindigkeit 200. Okay. Das klingt gefährlich. Nein, nein, nein. Keine Sorge. Ich weiß ja, wie man es geht. Okay, wir fahren zur Schule. Ich glaube, dahinter ist der Fußballplatz. Ich muss hier eine große Runde drehen. Die Schule ist links. Ja, ja, ich weiß. Ich sagte, du kannst kein Auto fahren. Dann fahr du doch. Oh mein Gott, Ronja. Ich weiß gar nicht, wie ich draufsteigen soll. Ich sitze drauf. Guck mal. Ah ja, wunderbar. Oh, okay. Du darfst halt keine 200 einstellen. Warum bist du denn da gerade so clean um die Kurve gefahren? Ach so, weil du schleichst. Okay, du bist eine Behinderung im Straßenverkehr. Verstehe. Guck mal, wir sind schon da und wir sind nicht gestorben. Und wir haben auch keinen Unfall mehr gebaut. Also. Ja, okay. So, ich nehme mir hier einen Ball. Ups. Der sollte nicht da hin. Ich nehme mir hier einen neuen Ball. Kannst du den hier reinschießen? Bist du bereit? Yeah, let's go. 3, 2, 1. Und ich bin schon losgerannt. Pech für dich. Oh, ich bin über den Ball drüber gerannt. Nein, der holt den Ball. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Oh, das war ein guter Schuss. Falsch, 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 alles falsch. Nein, falsche Richtung. Nein, neben dem Tor. Der muss zurück. Komm zurück, Ball. Da muss jemand mal zieren lernen. Warte, der Ball ist weg. Nein. Komm schon. Oh mein Gott, nein. Nein. Tcho. Fußball ist das schlechteste Spiel der Welt. Ronja, Ronja hat euch immer gesagt und geschummelt. Wie hast du geschummelt? Ich habe den Ball einfach hier mitgenommen. Was? Ja. Das ist doch mein Ball. Ich kann den teleportieren. Oh mein Gott. Es tut mir leid, aber ich habe es zugegeben. Ist okay, dann werde ich dir vergeben. Also der Punkt geht an dich. Du hast eigentlich gewonnen. Oh, was machst du hier? Ich dachte, wir treffen uns beim Friseur und lassen uns die Haare schneiden. Ah, schneiden? Ja. Ich dachte, färben. Färben meine ich doch. Nicht schneiden, färben. Okay, nee, du musst schneiden. Ja, guck mal, ich habe eine neue Mütze. Oh, jetzt bist du ein böser Frosch. Sieht aus, ja. Okay, ich nehme sie ab, damit ich mir die Haare färbe. Komm, spring dich im Frosch zum bösen Frosch. Warte, der grüne Stuhl ist besetzt. Nur eine grüne Maschine. Mach mit. Okay, da bin ich jetzt dran. Ich versuche ein schönes Grün zu machen. Mal gucken. Okay. Irgendwie so ein kleines Froschgrün wäre schön. Oh, das sieht hübsch aus. Okay, ich versuche ähnliches Grün zu kriegen wie mein Fähenfrosch. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen in ein wärmeres, mittelfarbiges, grünes. Okay, ich glaube, das ist ein relativ gutes Farben. Er hat einfach auch das neonsten Neongrün genommen, was es gab. Okay, das ist jetzt nicht ganz wie ich wollte. Willst du auch noch aufsteigen? Teamgrün! Teamgrün. Alles klar. Das war aber ein Tag in einer komplett grünen Brookhaven-Welt leben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch. Da schreibt mir in die Kommentare, welche Farbe wir als nächstes machen sollen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020